Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Verpflichtet immer auf, los geht's! Ihr dürft nicht lachen! Findest du jetzt auch was? Okay, Ruhe! Wir müssen jetzt warten, bis der Toaster rauskommt. Ja, da oben, irgendwo. Das macht alles meine Schwester, ich hab keine Ahnung. Das wollte ich sagen. Was war meine Frage? Ach ja, genau, sie fragt gar nicht, wie ich heiße. Belästigt, belästigt, belästigt. Das entscheidet alles meine Schwester. Hallo! Du hast es nirgends reingesteckt? Nein! Okay, wir machen das. Auf einem Büro. Marcel! In der Schule sitzt es immer, aber da bin ich auch gerade so, frei, offen, da. Und das ist noch schlimmer als jetzt so. Philipp! Die Hunde da war das entwickelt. Wie ist das ich geworden? Das ist ja so aus wie ein Winter. Interessiert mich nicht. Ich will das jetzt wissen. Wir haben doch die Möglichkeit, hier bei uns unter anderem mit Holz. Eine Frage. Warte, warte, warte. Ich wusste nicht, wie es weiter geht. Ich hab doch gesehen, auf Kippen. Wo fordert man heute noch Lehrer? Die bewusst auch, die alte, deutsche, ja wie soll ich sagen? Unsere Gedichte, das geht alles unter unsere Lieder. Ich dachte, ich würde später mal wieder drauf machen. Was? Wir haben diese Vorschläge weniger Afrika. Ja, da haben wir uns auch schon voll die Gedanken gemacht. Wir haben ja gerade in der Schule das Projekt Wahlkreis gesagt. Ich hab das schon viel mehr gemacht. Kicken, Mann! Geht mal wieder zusammen und dann macht man Tickchen. Was haben wir? Nur Hotmusik oder sonst irgendetwas? Schlimm. Schlimm, was bei uns im Lande passiert. Gucken Sie sich die Politiker an. Die besahen sich hier. Wir lachen doch nicht die ganze Zeit. Guck mal, warum Felix hinter der Kamera steht oder nicht, ist völlig egal. Kannst du dich auch dahin um die Ecke stellen. Stell dich um die Ecke. Es war sehr interessant und ich habe viel gelernt. Ja, tschüss. Mach aus! Wie hatten Sie Spaß? Beim Interview Spaß haben geht das. Ich hoffe, Sie fanden es auch aufregend. Einen schönen Tag noch. Einen schönen Tag noch. Das war's schon von uns. Schalten Sie wieder ein. Das heißt, TaktTV. 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 TaktTV.